Nicht erschrecken, ich bin's. Hansi! Hansi! Das ist er wieder! Herr Schiele! Wanns, Eddie? Ich mache mir wirklich große Sorgen um Sie. Nicht nur gesundheitlich. Wo ist denn deine Hose? Eddie hat ein Problem. Jeder ruft mir an, alle machen einen Bogen an mich. Ich bin von sämtlichen Freundschafts- und Gästelisten gestrichen worden. Ich bekomme nicht mal erst mal einen Melz. Eddie hat plötzlich einen Schutzengel. Sie denken, das liegt an diesen Erscheinungen. Das sind keine Erscheinungen. Er ist einfach immer da. Eddie hat jetzt einen echten Buddy. Doch leider kann man sich seinen Schutzengel nicht aussuchen. Sorry, mein Fehler. Ich habe das nicht so oft gemacht. Es ist ja schlimmer, als ich dachte. Der Typ ruiniert mein Leben. Das ist der Wahnsinn!